Na komm schon, na also, oh man, Bum, Bum, Tja, ich bin nur auf der Mauer gewesen, als das fertig war. Verlaufst du dich eigentlich immer oder warum bin ich schneller? Nein, ich bleib kurz immer hängen und dann bist du, dann verlauf ich einfach anders. Also, ja, mir passiert das auch manchmal, dass ich einfach irgendwo in eine andere Richtung will. So, jetzt kann ich wieder blaue Dinge einsammeln. Aber das nicht, weil das nämlich nicht. You've got the power! Haha, kennst du die beste Waffe schon? Was? Ich hab die beste Waffe von mir. Sie hat mich grad abgeschossen. Nein, aber ich hab die beste Waffe von mir. Ich wegge diesen Laden, wegge diesen Laden. Das war so schwer bis dort ein paar... Das hat mich so... Wie sagt man? So eine Herausforderung, so eine... Ich habe auch schon ein paar Lagen... Die Hirnathletische... Warte, ich muss dir die beste von Welt zeigen. Die beste Waffe von Welt, ich wüsste. Bis da oben eben schon. Komm her kurz. Geht gar nicht. Okay, dann komm ich zurück. Komm zu dich, geh fliegt! Guck mal, guck mal! Geht gar nicht, warte, ich hecke gerade. Und? Jetzt kann ich gucken. Warte. Schau, ich habe beste Waffe von Ever. Das ist ein Klobesen. Ja, aber schau, was er macht. Wieso hast du das? Das ist kein Klobesen, das ist ein Hector, ein Pümpel. Das ist ein Klobesen. Das ist kein Klobesen, ein Klobesen ist was anderes. Das ist ein Klobesen. Das ist auch ein Klobesen. Jetzt hast du die Püppel am Arsch. Danke. Diesen Pümpel am Arsch. Jetzt hast du am Kopf. Ich liebe diese Waffe, und ich spick dann auf die Titte. Jetzt hast du mein Gesicht. Du das nicht. Warte, jetzt hast du einen Schritt. Du das nicht. Ich habe jetzt bei meinen Elementen alles vollgemacht, was geht. Das hat's ja gar nicht. Das ist am Arschpick. Oh ja, da gibt das weg. Oh Mann, was machen wir jetzt eigentlich? Machen wir... Gesetzesbrecher, übernimm einen Laden. Dann musst du eh hacken. Bei der Hauptmission. Ja, mach. Ja, du hast abgelehnt. Ja, weil ich gerade gesprungen bin. Bam, bam, bam. Sinyak. Wir übernehmen wieder die Sinyak. Und wir hacken uns doch zuerst. Hack the Planet. Ich will hacken. Du darfst nicht tun, nur zuschauen. Ich habe einen gehackt. Ich habe drei oder vier schon. Ja, naja, ich bin noch nicht vorbeigekommen am Läden. Siehst du die eigentlich nicht so gehackt, ne? Ja, die sind bei mir auch schon gehackt, einfach nicht? Okay, das wollte ich wissen, ob es bei dir dann auch gehackt ist. Das ist alles für beide. Von der Mission her und so. Also egal, was du jetzt da... Auch wenn du Türmen machst oder diese komischen Kuppeln, das zählt für beide Speicherstellen. Ja, das wollte ich eben wissen. Ich habe gerade einen Dubstepgun mit Klassikmusik. Okay. Ich habe den Dubstepgun noch gar nicht. Hättest du auch wussten können? Hättest du auch wussten können? Wie? Wieso sympathierst du wieder die ganzen Kiewer? Das war schlimm. Weil ich da bei dem Planet Sin bin. Oh, ich stehe im Auto. Ist das der zum Hacken? Ich glaube, den haben wir schon gehackt geworden. Ich bin schon gleich gekommen. Haha, da die Pimpel am Pimmel. Ja, den habe ich schon gehackt. Ja, Nathalie. Ich suche mir einen anderen zum Hacken. Ich suche mir einen anderen zum Hacken. Ich mache es auch nicht. Schau mal mit meiner Pimpelgarn. Pimpelgarn ist besser, wie es geht. Ja, ich mache es. Ich gehe es auch nicht. Ist das die Pimpelgarn? Ja. Ich gehe es in die Pimpelgarn. Wie ist das? Kinky Mobile? Kinky Mobile! Kinky Mobile! Kinky Mobile! Kinky Mobile! Kinky Mobile! Kinky Mobile! Wie das funktioniert? Das ist ja nicht, das ist ja... Was rede ich denn, Genki-Mobil? Das ist ja Toni-Ged-Mobil. Genki-Mobil ist was anderes, aber Genki-Mobil ist auch gut. Oh man! Genki-Mobil! Mein schönes... ...Mobil hier! Johnny-Ged-Mobil! Was soll das? Mach's nicht gut! Das macht gut! Sag mal, was machst du eigentlich? Ich will hacken, aber ich kann nicht. Also, du kannst nicht... Warum? Bist du so schlecht? Nein, die lassen mich doch nicht hacken! Achso, weil die dich die ganze Zeit abschießen! Schnapp die Ding! Komm an, da ist nur... Jetzt kannst du hacken! Kenzie, es funktioniert! Great! At least you have a way to get the Zinn off your back now. Nein, die schießen mich da ab, aber ich kann diesen Laden nicht hacken. Wie rum? Erlass dich nicht, das ist kein blaues Ding davor. Dann hast du ihn schon gehackt, wenn er... Nein! Wahrscheinlich, weil wir diese einen Hackerscheißen klappen. Ich glaub, weil wir in der Mission waren. Mhm. Deswegen. Was, ich hab noch ein Lassi! Ja, wenn ich wieder alles allein machen muss, ist das Spinner zu zweit und ich muss alles allein machen. Ich hab Dinge gesammelt. Ja, ich weiß. Damit du da ausrüsten kannst, du kacken bei ihm. Ich bin brav. Ich hab dich schon gehackt. Was gibt's noch? Triff dich mit Kenzie auf dem Schiff. Was macht man jetzt? Ich hab meinen Laden gehackt. Ich triff mich mit dem Schiff. Oh, ich wollte überfahren. Weil ich glaub... Ganz wichtige Sachen hat die Kenzie zu sagen. Jetzt spring doch da hoch! Hängt in seiner bekackten Hauswand. Verstehst? Hat alle Superkräfte von der Welt und hängt in einer fucking Hauswand. Kommst du mit zu Kenzie oder ihr nicht? Ja. Aber ich muss erst suchen. Ich weiß, bis du da bist. Kann sich nur um Tage handeln. Oh, dann. Nen! Sammel! Oh, warte. Da sind blaues. Da sind mehr blauen. Ich fliege auf dich zu. Siehst du mich? Oh, Mann. Ich hab keine Mühle mehr. Siehst du mich nicht mehr zu schicken. Mach du sie kaputt? Mach ich eh. Ich mach sie grad mit classical dubstep kaputt. Weil ich hab noch nicht. Ich habe noch nicht umgestellt. Aber jetzt kann ich nicht mehr. Da ist noch einer, da oben irgendwo. So. So. Hätten wir. Nein! Dammit! Toll. Jetzt ist da so ein Viech. Hä? Jetzt ist da so ein Viech. Komm und hilf mir jetzt. Ja, ich komm grad zurück. Ich war grad in dem Tüdel. Oh Mann! Nein, schieß nicht auf mich! Ich flieg grad durch dieses Reil. Oh Mann! Der mit daneben! Glatt schneller! Nein! Und da? Wo ist es? Da ist es. Die Tüte ist nicht vorher hergelegt. Oh, es hat mich gefiegt. Ja, klar. Das tut die ganze Zeit. Oh Mann! Ich schieße die ganze Zeit daneben. Oh Mann! Ich muss es nachladen, verdammte Hacke! Ich hab ihn abgeschossen. Ist er kaputt? Nein. Ich hab daneben geschossen. Nein! Arsch! Putten smashen. Schmeiß was! Ich weiß. Ich bin in der Luft. Damit! Ich hab ihn nicht erwischt. Komm schon! Grüße! Grüß dich Heinz! Warum? Der soll nicht da oben sein? Ich mach ihn da oben. Oh, er hat mich geschlagen. Ich hab ihn auch geschlagen. Mach ihn! Mach ihn! Mach's kaputt! Ja, ich bin dabei! Mach ihn kaputt! Ich bin gerade dabei gewesen. Ja, tu den Kopf weg. Wegen der Glitschpitsch. Er wird gefetzt. Schau! Sieg ihn! Ich hab's auf die Fresse gehauen. So, jetzt gehen wir zu Hensi. Ich wollte gerade siegen. Dann sagst du Gott zu Hensi! Ich kann ja nichts dafür, weil ich habe ja nicht damit gerechnet, dass das so ein Film kommt. Ich wollte gerade siegen. Ich kann gerade ihm schießen, wie du mit dem Viech gefahren hast. Gott sei Dank, das ist wieder zu gut. Ja, sonst hätte ich es ja nicht geschafft. Ja, sicher. Nämlich erst mehr gegangen. Ja, sowieso. Scheiss, ganz okay. Hi. Hi, Puppe. Genau, das ist super. Ich fixe sie jetzt schon. Was kannst du nicht tun, wenn ich gerade mit dir rede? Das war aber lustig, du hast es so geschafft dabei gerade. Ja, toll. Das war aber lustig. Schön. Hey, Kinsey, you wanna fuck? Ich bin Kinsey, you wanna fuck? Was machst du? Rennst planlos herum hinter mir. Ja, Mann. Oh, ja, schlechte Pornomusik. Du musst schon warten, bis ich will, sagt sie bei mir jetzt die ganze Zeit. Ja, ja, du musst schon warten, bis ich will. Ich bin nicht zweimal in Tralanne. Na hallo, noch was? Na, da ist ja keine Ruhe. Naja. Also, willst du jetzt die Kinsey schlecht machen? Die rettet den Kopf. Willst du jetzt sagen, das kann ich, hm? Die rettet dann gerade die Welt. Und dann darfst du auch noch rummachen mit ihr und dann darfst du es auch kacken. Tja. Ja. So. Das Leben. Initialisiere das Brixen-Virus. Naja, dann brechen wir halt irgendein Virus, was das ist. Das muss ich auch nicht. Irgendein Virus. Irgendein Virus. Ich muss schon wieder auswählen. Okay. Das ist doch schlecht. Ich muss auch schwitzen. Das heißt, wir machen das beim nächsten Mal. Wien. 1.30 Uhr. Wir spielen immer noch Sins-Flo seit 3 Stunden. Und jetzt machen wir diese Mission. Außer du sammelst wieder was ein. Ich mache diese Mission. Wenn es dir recht ist. Kann sein, dass du jetzt wieder, äh, so Leute, die am Arsch gehen. Uch, was heißt. Ich habe wenigstens das hinten noch geschafft. Dann guten Dank. Ja, gerade noch. Eines habe ich noch gemacht und doch einmal bin ich schon abgeschossen. Ich denke mal, nein. Nein. Nein, es ist perfekt ausgegangen. Ach. Da ist gerade ein Van durchgefahren. Ich weiß nicht, was du tust, Verworte. Ich habe so eine Mission gestartet und auf einmal, da kommen nur viele Leute, so Rocker-Füßen. Das ist halt süß, wie die Van da. Bei mir auch ganz viele Leute. Die kommen da, ich weiß nicht. Ich mache sie mal kaputt. Mit Dr. Squad eigentlich ganz gut von dem. Dieses Hema, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Uch, ich weiß nicht, ob... Das war auch durch die Straßenkirche. Dann springen wir halt mal wieder raus. Ich hatte gerade Titten in meiner virtuellen Hand. Du kannst nicht fremde Titten angreifen. Nein, es waren andere... Ich habe ihr das Herz rausgerissen. Ich habe ihr das Herz rausgerissen. Deswegen habe ich sie leider betatschen müssen. Oh, fangen wir an. Aber ich betatsche auch Typen. Also ist das jetzt nicht so. Ich sehe, das war so wederisch. Sind wir jetzt eigentlich nicht so fertig, oder? Ah nein, einen muss ich noch. Wo ist noch einer? Da ist noch keiner. Fertig! Gewonnen! Hey! Da freue ich nicht. Da springe ich gleich in die Luft. So! Wir haben einen Virus. Geh zum Ziel. Was? Wo? Wo bist du eigentlich? Da bist du! Geh zum Ziel! Geh zum Ziel. Geh zum Ziel. Geh zum Ziel. Aus! Oh Mann! Kann man jetzt schon irgendwas tunen wieder? Weißt du, letztlich sammelst du ja so brav. Sprunghöhe. Das interessiert ja keinen Menschen. 80, verdammte Hacke! Okay, dann kann ich mir die Sprunghöhe leisten. Wenn du so brav sammeln kannst. So! So, was gibt's hier? Das können wir schon drauf leisten. Die schnieße ich. Die darf sammeln. Und ich gebe alles aus. Das ist für mich eine gute Idee. Machen wir eh klar. Na ja. Ich hab grad meinen Dubstep gar nicht aus der Musik. Du musst herkommen und sie will auch nicht hören, oder? Was heißt das für eine Musik? Dead Metal. Ja, best ever. Hab ich auch drauf, aber ich war noch nicht im Waffendingens zum Ändern. Ich hab auch gleich die Kapazität. Ich hatte 10.000. Hab ich gleich die Kapazität geändert. Ich mach das auch schnell. Dass die schneller nachladen. Ich hab noch mal wieder was hier. Mhm. Und passen. Oktoberfest. Death Metal. Und Swing Time. Aber wir machen Death Metal, weil einfach das ist. Was machen wir denn? 20.000 habe ich. Ich hab nur 11 gehabt, weil ich schon viel Blödsinn gekauft habe. Nein. Ich hab schon wieder das ganze Leben, was ich kann mit Geld nicht umgehen. Ich hab auch nur Blödsinn gekauft. Ich muss mir aber glaube ich Munition kaufen, oder? Für meine Schottkant. Und für meine Pimpelkant. Ich hab kein Geld mehr. Ich hab nur 151. Absolut.